Whatcha doing? Screwing? Bitte was? So, wir machen jetzt, also wir sind ja jetzt zurück live von Tschindelbeib. Naulänger Frausel Club meldet sich zurück. Was ist denn das eigentlich jetzt immer? Damit die Turtles das nicht essen oder was? Das stört mich. Mir stört das auch. Aber du kannst es auch auf Ruhe. Aber was ist das, damit nur ein Müll, Objekt auf der Straße nicken? Genau, damit nicht diese ganzen kleinen Bauteile herumliegen. Der Herr Neulänger hat zu mir gesagt, er will die Sprite Challenge machen. Und die Sprite Challenge ist eine hochintellektuelle Freizeitaktivität. Ich darf jetzt das aufnehmen. It should us. Also die Sprite Challenge, für alle, die es nicht kennen, ich habe es allen gekannt, ist eine hochintellektuelle Freizeitaktivität für Menschen mit einem... Für Akademiker, genau. Ja, genau, das kann man so machen. Man braucht mindestens einen Uni-Aufschluss. Und Bachelor reicht nicht. Bachelor reicht nicht. Magister oder Master? Und Doktor. Doktor wäre zu preferen. Zu preferen. Da können wir jetzt nicht mitmachen. Also ich schon mal gar nicht. Nein, ich habe angefangen, aber dann in Wärmach. I barely made the other one. Okay. Oh boy. Aber du bist zumindest qualifiziert für die Sprite Challenge. Ja. Die so funktioniert. Die hier so funktioniert. Dass man einfach eine Flasche Sprite trinkt. Auf Eggs? Auf Eggs. Und dann hat der Neulingang gesagt, Krasl, ich würde gerne die Sprite Challenge mit dir machen. Und ich so, es macht keinen Sinn. Aber ja. Und ich will es aufgenommen haben. Und ich will es aufgenommen haben. Ich finde es so lustig, dass wir... Das ist der einzige Ort und Moment, wo... Ich dich mit Nachnamen ansprich und du mich mit Nachnamen. Das stimmt. Und ich mag das eigentlich überhaupt. Da hat es auch einen Typen gegeben. Warum machen wir das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ist es so, wenn man so wie 15-jährige Burschen, so ein bisschen lecher, die dann auch solche Sachen machen wie Sprite Challenge? Ist es das? Oder ist es, weil wir uns den letzten Rest an professioneller Würde bewahren wollen? Und dann mit Nachnamen ansprich mit Herrn Neulingang. Also die Frage bleibt offen offensichtlich. Es bleibt alles offen. Wir machen jetzt hochintellektuell die Sprite Challenge, die drin besteht, dass wir einfach eine Flasche und Sprite trinken. Was ist dann eigentlich? Wann hat man die Challenge eigentlich gewonnen? Ja, aber jetzt auf Eggs. Okay, und was kriegt man dann? Eine massive Rübsattacke. Oh, wow, ja. Oder man kriegt einen Zuckerschock und fliegt um. Ich nicht, weil ich habe Sprite Zero. Weil ich für das Bär ist im Dienst. Und jetzt gibt es auch einen Gernknittel. Ästhetisch. Ja. Es gibt ja ein Video dazu. Also dieser Sprite Challenge. Ja. Zu dieser Sprite Challenge. Wo eine Dame, also eine Freundin im Auto sitzen und das saufen vor der Kamera und dann die eine hat einen dämonischen Rülpser, der einfach die schönste Video ist. Das würde ich jetzt gerne nämlich... Sieh es jetzt mal so her. Und dann schaust du es gerade aufschauen. Und dann kommt jetzt da dieses Video. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich glaube, es muss rein. Ich glaube, es reicht. Okay. So. Ich habe es jetzt noch sehen. Ich habe es gemeinsam angeschaut. Und jetzt machen wir das auch. So. Cheers. Das ist ja voll kraselig. Wow. Die Reaktionsfähigkeit. Thanks. Wie eine Gazelle. Yeah. That's me. Ist das ehrgeschrieben? Bin ich da on air? Ich bin jetzt untapped, wie ich meine Hand abschläge. Das werden wir auch so pikseln. Weil das haben schon Leute über meine Fürst-Sachen geschrieben. Und wenn ich nicht mehr... Ja. Da würde ich mich kurz... Das ist mein Rant der Woche. Komm, machen wir jetzt erst die Sprite Challenge. Und dann kommt der Rant der Woche. Und dann trinkt man und dann hast du immer diese Fuderlei in der Pappen. Die Fuderlei in der Pappen. Das ist ja nichts. Hammera, ich sage es dir. Da trinke ich da mein Sprite und dann habe ich diese Fuderlei in der Pappen. Okay. So. Immer. Okay. Herr Neudinga. Cheers. Cheers. Tschüss. Nicht berührt. Tschuldigung. Tschüss. Ich bin schüttelnd. Das habe ich nicht weiter machen können, wegen dir. Sorry. Warum? Du musst überhaupt nicht rübsen. Alter, komm. Okay. Wow. Boys. Was soll der Boss sein, oder? Ich habe das Lustig nach den 2 Sekunden schon die Augen gesehen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Na komm, komm, das wird ja einfacher. Ist ja voll unfair. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Wenn du nicht die ganze Lachen rüpfst, würdest du deine Chance unten. Ich hab aber schon viel mehr hintut. Weiß ich. Boah, ja. Und die eine sagt, ja, my tummy hurts. Und dann hab ich ja. Was ist denn das? Das ist durch die Nase. Okay. Boah, du darfst nur, aber die kommt nämlich wieder angeschön aus. Boah, da war jetzt ein bisschen Essen auch dabei. Deshalb sagen wir neuling und Phrasen zueinander. Ja, ihr wisst ja, was der Teaser ist. Ich kotze mich noch an. Die Phrasen sitzt daneben. Chill as fuck. Boah, Alter. Anstrengend ist es. Es ist ab, warte. Ich hab zweimal abgesetzt. Dreimal. Ich hab die halt, glaube ich, länger durchgehalten. Aber das Problem ist, dass du so langsam rüpfst angefangen hast. Hab ich gelachen haben müssen? Ich hab schnell angefangen. Das ist wieder mal so. Man darf nicht mit dem Sprinten anfangen. Man muss das gemächlich. Ich mag ja so viel Kohlensäure, das ist ja voll fantastisch. Du musst da nicht hülpsen. Man weiß, was noch alles passiert. Wie gesagt, das ist journalistische Hochqualität. Richtig. Hochqualität. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Weiter. Participation. 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 Potato. Potato. Potatoes. 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 Metals. Also während der Herr Neulinger, das war dein Vorschlag, ich hab gesagt, it makes no sense, let's do it. Ich mach's nächstes Mal wieder. Bis jetzt auf einmal. Gebt bitte. Außerdem, ich glaub, die haben in der Dosen jetzt weniger drinnen. Gibt's das? Ich kann in der Dosen nehmen, das nächste Mal. Du hast gesagt Flaschen. Ich hab extra gesucht nämlich, weil bei meinem Pillerhaus kann ich eben. Bin extra hinten aus dem Sparklein. Mit freudiger Erwartung. Dieser minus 20%, 25% Picklel kann man sich wieder auferdauen. Den will ich ja nachher verbieten. Ja. Der Neulinger ist halt ein Lifehack entdeckt, den wir alle schon vor fünf Jahren angefangen haben. Manche Kassiererinnen sind extrem hostile. Und glätteln diese Picklel. Die pickern dann auch mal ein Kaltes. Bei der Kasse. Der Scher. Ja. Der schneidet auch der Karotten. Du schießt dann auch. Vor allem war letztens eine, die hat einfach nur die... Okay. Boss-Move. Ja. Die hat mit dem Prospekt... Wie nennt man das? Heftl? Heftl. Mit dem Heftl, wo das drinnen piekt. Ja. Und dann hat es zu der Fressiererin so... He, komm mal her da. Das ist da. Hat es aber nicht aufgepickt. Geil. Und dann sie so... Ja, aber sie müssen das aufgepicken. Ja. So was? Das spreit aus der Nase. Ich halte ein Taschentuch. Ich war heute beim Spar, und da gibt es ja auch manchmal so Sticker, und dann haben wir die bei der Kasse aufgepickt. Und manchmal sagen sie dann, brauchen sie nicht aufgepicken, ich zieg's einfach an. Und dann hat die gesagt, sie brauchen sie nicht aufgepicken, aber geben sie mir die Sticker. Dann hat sie ein Finger hingeheilt und ich habe auf den Finger die vier Sticker picken müssen. Geil. Damit ich das nicht nochmal verwenden kann. Ja, die ist halt Married to the Company. Ja, was beim Clubmarktunternehmen... Ich wäre so bei der Stüh einfach. Ja. Also was? Nimm was du kriegst. Mach's halt nicht auffällig. Ja. Und kein Alkohol. Ich weiß, warum meine ich nicht? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe auch, ich war eben beim Ofer, und da war einer vor mir. Der hat, ja, ein bisschen fertig ausgestellt. Und dann hat der Kassierer dann so, zeig ich euch mal den Rucksack her, dann hat der auch eine Flasche Wodka aus der Zahnrollen. Und dann war dieser Kassierer so, Alter. Ja. Schon so... Pieps. So. Jetzt schütten. Alter. Ich habe jetzt darüber hinausgehend, über die, über das Sprite hinausgehend, keine nachgedrängte Woche für mich selber, weil das hat jetzt gereicht. Herr Neulinger trinkt Dirty. Wie immer. Herr Neulinger trinkt... Das muss immer weg, dann der Sterne. Wie immer Dirty vom Fass. Vom Fass? Ja. Das wäre egal, wenn wir so Dirty Fass hätten. Ja. Kann irgendwer ans Spann sein? Der Körper hat jetzt seit zwei Wochen keine Dirty gekriegt. Ist auf den Zug gewesen. Der Körper hat gerade einen Zuckerschock intusen. Mit viel Kaffee und jetzt genug sowas. Also mich hat es halt komplett an. Und es gibt auch eine Gernknödel. Ja, stimmt. Und Nugatknödel. Nugatknödel. So. 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 Morgen müssen wir es wieder hart trainieren. Für den Beachbody. Beach... Badai. Summer... Summerbody. 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 Beachbody. Weil man kann nur... Warum haust du den Dreck zu mir um? Ich habe mich auf die Grenze gelegt. Auf die Grenze. Ja, da. Dann kannst du dich entscheiden, wohin geht. Ja. Dann kannst du dich entscheiden, wohin geht. Kann man schon öfter gemacht. Okay. Manchmal ist der Träger von der Lager. Ja, manchmal bringt sie den Müll selber. Wow, das ist richtig kundig. Wissen. It's natural. It's natural. Das ist an Körperfunktionen. Das ist richtig. Alles... Oberhalb... Na. 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 Oberhalb? Was würdest du denn sagen? Oberhalb der Waist. Mhm. Ist okay. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil du könntest der Kotzen da ist. Der Kotzen. Eintrige Auswürfe. Ähm. Rot auszu. Ja. Husten. Müssen. Hm. Das finden wir alles neuerkern. Na. Nein. Nur rülpsen. Nur das rülpsen. Nur das rülpsen. Ihr habt auch anderen Bezug dazu. Ja. Ahn sind viel. Nein, okay. Grundsätzlich. Achso. Na. Lass mir das. Jetzt. Es atmet schon wieder aus. So. Gibt's irgendwelche... Was allgemeines? Oder leider verpasst. Leider verpasstest du. Wow. 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 Und obwohl ihr während des Aufnehmens schon die Skepsis in den Raum gestellt habe, wurde ich... Habe ich gesagt, geh. Du. Geh. Geh. Nein. Nein. Ja. Pst. Das Ding ist... Das Ding ist... Leider verpasst. Ähm... Ist das... Ich die unwahrheit gesagt habe letzte... Vor zwei Wochen. Weil natürlich diese Planking-Queen... Nur die... Also nur brauchen wir gar nicht dazu sagen. Nur brauchen wir gar nicht dazu sagen. Weil das war ja total sexistisch. Ja. Ähm... Es war nicht der allgemeine Planking-Rekord, den sie aufgestellt hat, die... Der Name ich schon wieder vergessen habe natürlich. Debbie. Nein. Jeannette. 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 Ich bin arg, dass der Mann doppelt so lang ist. Männer haben ja Muskelmasse. Das ist schon aber... Ja. Ich hab ich auch noch... Ich hab was... Ocht Stunden kann ja mal stehen. Weißt du was ich meine? Ja. Oder was eine 9 Stunde irgendwas hat der... Und ich kann ja keine 4 Stunden stehen. Die stehen sind aber... Ich haus steu. Ich haus steu. Ich haus steu. Ja. Ich haus steu. Ich haus steu. Wirklich? Das wäre eine gute Rant eigentlich. Ich kann ja mal sitzen. Ich hasse nichts mehr. Also ich hasse von allen körperlichen Sachen, die immer so gehen, sitzen, liegen, stehen. Ich hasse viel stehen am meisten. Wenn ich irgendwo warten muss, auf der U-Bahn oder auf dem BIM, ich kann nicht einfach da stehen. Ich gehe dann entweder auf und ab oder setze mich irgendwo hin, weil ich mag das nicht. Ich mag stehen nicht. Ich mag nicht in der U-Bahn, wenn kein Platz mehr frei ist. Ich mag nicht dort stehen. Ich hasse das voll. Ich stehe nur in der U-Bahn. Ich mag nicht stehen. Ich weiß nicht warum, das macht mich nervös. Stehen? Nein. Stehen? Nein. Sitzen? Ja. Liegen? Ja. Gehen? Ja. Stehen? Laufen? Umgehen, aber wenn es sein muss. Ich lauf eigentlich nie. Ich habe jetzt einen Laufband. Ja. Oder gehe ich voll schnell. Und da gibt es einen Walking-Modus und einen Lauf-Modus. Und der Walking-Modus geht bis 6 kmh. Und ich habe gestern probiert, das Schnellste, was ich gehen kann aber, ohne dass es mich aufzeiht, ohne dass ich zum Laufen anfangen muss. Aber dann muss ich schon sehr schnell und bin ich manchmal schon zu langsam, dass ich aufpassen muss, dass es mich nicht aufzeiht. Das sind 7 kmh. Und das geht auch gescheit, nicht. Wenn du eine halbe Stunde lang 7 kmh gehst? Ja. So, das mache ich jetzt. Machen wir jetzt. Fitnessbär? Live dabei. Ja. Im Skiverbund ammer.de. Oder? Äh, maybe. Ja. Ja. Das werden wir da eingegangen. Ja. Google sie es einfach. Mhm. Was man auch. Leider verpasst. Ich habe mir dann letztes Mal gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Fragen gut beantwortet haben. Oh. Ich habe dann selbst Zweifel geritten, ich habe nicht schlafen können danach, ich weiß es ja nicht. Ob wir unseren qualitativen Ansprüchen gerecht worden sind. Okay. Bei den beantworteten Fragen. Vor allem bei dieser einen Frage, wo es gegangen ist um, was war das? Hast du es vergessen? Nein, nein, nein. Wo es gegangen ist darum, dass diese eine Person nicht weiß, ob sie die andere Person in diesem Freundeskreis überhaupt noch sehen will, weil sie eigentlich eine Beziehung mit ihm will oder verliebt ist in sie. Ja, ja. Und dann war so diese Frage, darf man dann, ist das okay, ist das normal, war eigentlich die Frage, dass man dann lieber die Person überhaupt nicht mehr sieht. Und dann habe ich mir dann gedacht, war unsere Antwort ausreichend. Weil natürlich, muss man dazu sagen, das haben wir nicht gesagt, dass es natürlich auch okay ist, Beziehungen zu beenden, wenn das nicht nichts ist, was man will. Doch, haben wir glaube ich schon dazu gesagt. Haben wir das dazu gesagt? Ja. Wobei, das Ding war in der Formulierung ist dann gewesen, nur eine Freundschaft. Genau, wir haben darüber geredet, dass es nicht cool ist. Du, du, du. Ja. Natürlich kann man auch alles beenden. Ja. Ich frage mich, ist es produktiv, ist es konstruktiv? Hilft es uns selber? Hilft es einander? Oder ist es einfach nur reaktionär? Ja. Reaktionär? Gut. Passt schon eigentlich nicht. Nein. Aber. Aber es ist ein gutes Wort. Na doch, du reagierst ja auf deine Gefühle und dann ist es reaktionär, wenn du darüber nachdenkst. Aber reaktionär ist ja auch ein Begriff in meinen politischen Kontexten. Also, dass ja für politische Ideologien verwendet wird und nicht, du meinst, reaktiv. Ja, wow. War nicht das Wort. War nicht das Wort. War nicht das Wort. Was bin ich denn da? Linguistin. Linguistikerin? Ja. Eigentlich schon. Wir haben schon öfter gesagt, wir sind Linguistikerinnen. Ich hätte besser studieren sollen. Was heißt studieren sollen? Besser. Also mit mehr Geschmack. Ich wäre ja so, Alter, los. Ich habe mich in manche Sachen schon sehr eingesteigert. Ja. Aber es war so, ich würde das jetzt fertig machen und das System ja auch geschissen gewesen. Ich habe andere Sachen. Du hast ja während oder am Ende vom Studium dann deinen Weg gegangen. Kann man anders sagen. Du würdest auch so fertig. Und ich wollte ja ja Doktorat machen. Ja, ich habe immer gearbeitet nebenbei. Ja, ich habe immer gearbeitet nebenbei. Aber ich habe immer gedacht, ich mache ein Dektorat und dann ein Dektorat. Ich mache ein Dektorat. Ich bin Dektorin. Ja. Und damit ich dann qualifiziert bin, dieses Spread-Challenge machen. Ich habe ja Mittag damals schon. Ja, und jetzt musst du es als Magistra machen. Ja, jetzt muss ich es da so illegal machen, so was im halblegalen Bereich. Nur als Magistra. Das ist ja so, das ist ein bisschen schwindelig. Ich bin ja eigentlich nicht qualifiziert dafür. Nein. Das muss man auch gerade ganz offen sagen. Aber man muss einfach einmal all sein. Ja. Man kann nicht alles mit einem Linguistik-Magistra. Aber vieles. Aber vieles. Ja. 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 Das war meine zwei Lerder verpasst. Hast du eine Lerder verpasst? Nein. Nein, weil ich habe alles richtig gemacht. Ja. Ich habe ja schon, das ist schon ewig her und ich habe keine Ahnung, und ich habe dann schon im Video Sachen. Genau. Einigeben. Richtig. Ja. So. Ich will mir kurz erklären, warum wir jetzt eine Woche lang nicht aufgenommen haben. Weil... Warum? Ja, warum denn? Montag ist nicht gegangen. Nein. Dann hast du Dienstag nicht gekommen und dann habe ich gesagt, drauf schießen, weil das ist mir viel zu knapp in der Zeit. Montag waren wir im Konzerthaus. Ja. Wenn du keine Lesung gehabt hast, höchst erfolgreich, ja. Ja. Und dann... Und dann bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Und dann, für die paar Tage, das reicht heute nicht. Das reicht heute nicht. Nein. 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 Dann hat der Neuniger gesagt, nein. Nein. Ja. Muss auch gehen. Weil es ist ja wulch. Es ist wulch. Zweit und zwei dafür, nein. Nein. Wir haben ja von unseren zahlreichen Fans online. Ja. Im Internet. Ja schon den sehr hilfreichen Input gekriegt. Das ist ein sehr, nicht hilfreiches falsche Wort, ein sehr inspirierend. Okay. Input. Dass wir Merch machen sollten. Ach so, ja. Beep Merch. Beep Merch. Also an der Stelle auch. Let us know what you think about that. Es wird sein offen für... Ich bin irgendwie voll übertrat, weil ich vom Gesangsunterricht komme heute. Und dann geht es mir immer voll gut nachher, obwohl es mir eigentlich gerade nicht gut geht. Und dann bin ich immer so, eigentlich geht es mir gerade nicht gut. Und ich bin immer voll wurt. Und ich habe voll viel Schmerzmittel in das, weil ich richtig Schmerzen habe. Und kein Feiern. Also... Und Spreit. Und Spreit. 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 Ja. Also... Das ist wieder eine ganz spannende Episode. Sagt uns gerne, welche Art von Merch ihr wollt von uns. Nein. Ich sag das. Du sagst das. Ich habe ja auch schon gute Ideen eingebracht heute. Die werde ich jetzt nicht verraten. Ja. Ja. Ja, also... Und der Michael Neulinger stickt und alles selber. Zwerotzt ist trotzdem. Zwerotzt ist trotzdem. Zwerotzt ist trotzdem. Sonst noch? Sonst noch irgendwas? Haben wir sonst noch irgendwas? Allgemeines? Nein, können wir schon wieder aufhören? Ich habe eh schon wieder 30 Minuten. Es geht um gar nichts. Ja. Ich weiß nicht. Was heißt, es geht um gar nichts? Wir haben da schon... Ich habe mich schon angekotzt. Unterhaltsamsten Content. Spreit aus den Nasen. Also, womit wollen wir anfangen? Wir haben voll viele Fragen gekriegt. Wir haben ein bisschen was zum Thema Popculture zu sagen. Weil wir haben ja gemeinsame Viewing Experience. Wir haben uns gemeinsam was angeschaut. Was denn? Wir haben uns am Samstag gemeinsam was angeschaut. Was war am Samstag? Am Samstag warst du bei mir bis um 5 Uhr Uhr. Und was ist da passiert da noch? Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben das Haus und verlassen. Wir haben ins Haus verlassen. Echt? Wir sind eine wunderbare Beziehung gegangen. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Und dann haben wir uns daheim was angeschaut. Aha! Ja! Ja, ja, ja. Das hätten wir. Dann haben wir eine gemeinsame Party-Ecke. Ja, da habe ich auch was zu sagen. Da hast du auch was zu sagen. Dann hätten wir eine Vögelecke hätten wir. Ja. Und die fragen wir jetzt auch. Und Fragen haben wir. Also, womit? Vögelecke. Was? Ich bin jetzt mit meiner Krähe sehr, sehr nahe. Also, wir haben jetzt das System herausgefunden. Sie sitzt gegenüber einem Haus. Dann ziehe ich und sage, hallo. Dann stehe ich das Essen hier. Und dann kommt sofort Oma. Mit mir die Tauben austricksen. Die ja da radikals eine vorwerken. Und jetzt ist es schon so, dass ich kann auf dem Balkon sitzen und sie isst die Krähe. Aus meiner Jappe raus. Also, wir sind... Oh Gott! Ich habe jetzt geglaubt. Okay. Ich war so, wow. Ich funktioniere gerade wirklich überhaupt nicht. Ich habe gerade so... Ich habe mir gedacht, die Taube isst die Krähe. Nein. Ich sitze da und sie isst die Krähe. Da fuck man. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Die Krähe isst und ich sitze auf dem Balkon. Ja. Sie isst die Krähe. Im Vater Zweisamkeit. Sie die Krähe isst. Und die Krähe versteckt sie jetzt schon Nüsse in meine Beete. Mhm. Damit die Tauben das nicht kriegen. Und dann kommt sie später nochmal zurück und holt sie es, weil sie es nicht alles auf Arme tragen kann. Das ist ja gescheit. Das ist ja gescheit. Und sie kehren sie jetzt mit den Tauben. Die Tauben haben Angst vor Krähen. Mhm. Und Krähen essen Taubeneier. Wow. Mhm. Und Krähen sind voll geschützt in Wien. Die darf man nicht umbringen oder verscheißen. Die darf man nicht eigentlich. Die darf es nur angreifen. Mhm. Und jetzt haben wir es schon. Und du kannst jetzt eine Brieftaube. Ja genau. Die alle niederfällen. Die meine Tauben. Der eine Typ dürfte jetzt entweder gestorben sein oder da ist irgendwas passiert, weil… Ich schieb das kurz auf, aber das ist dann voll laut, deshalb sage ich das kurz nix. Ähm. Die Tauben eigentlich monogam sind. Ja. Und jetzt hat sie dir aber einen anderen aufgezwickt. Ein Brieftaube mit so Furz auf die Krallen. Mit Fußfesseln. Ja. Wow. Und der ist radikaler. Mhm. Wie der Rest. Fässer. Jetzt kommen sie immer und dann schauen sie zu einer. Ja. Ich habe ja auch was zu erzählen aus der Vögelegg, aber das ist jetzt ein bisschen traurig. Ja. Da ist eine Krähe gekommen wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Aber bei mir gibt es ja fünf Tauben in diesem Innenhof vor meiner Küche. Das klingt so als hätte ich eine Riesenküche und dann einen eigenen Innenhof. Ja. Und es ist ein nettes, wenn das immer noch was klingt. Es ist eher so ein Lichtschacht. Und ein… Das ist eigentlich nur so ein Lichtschachtl. Ich weiß, es sind da fünf Krähen gewesen immer. Trauben. Trauben. Wow. Thanks. Ähm. Und eine davon, das ist die, die ich Gundula genannt habe, die ist immer da in den Ecken gesessen, in so einem Nest. Und dann ist die Familie nicht mehr drin gesessen. Und ich habe mir schon gedacht, es gibt Traubenbabys. Ja. Und dann hat sie aber dieses Nest verlassen, die Gundula. Ja. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur ihr Schlafeck war. Ah ja. Trauben schlafen sehr viel. Ja, eben. Weil Eier habe ich auch nicht gesehen. Aber eben halt Eierblüter gibt es. Ach so, du hast… Nein, ich habe keine Eierblüter. Nein, ich habe keine Eierblüter. Das war meine Interpretation der Situation. Bienen können nicht. Doch ich sehe da nicht auf Fakten. Ja, offensichtlich. Nein. Warum es halt… Warum auch? Warum auch? Warum auch? Fakten über… Und jedenfalls ist die weg. Also ist die aus diesem Nest und ich habe mir schon gedacht, es gibt Traubenbabys und es gibt aber nichts. Und ähm… Da hat mir gestern ein Moskitonetz auf das Fenster getan. Und dann ist die Gundula sehr skeptisch davor gesessen. Ja. Weil ich glaube, ich zeigte, dass sie jetzt definitiv nicht in die Küche rein kann. Nein. Weil das ist das Fenster. Da hat er ja das Fenster verhängt. Fenster ist dicht. Und dann ist der vorgesessen und hat so geschaut. Die haben voll spannende Augen. Es ist so eine ganz spannende Farbe. Und Bienen können nicht fliegen, wenn es Nacht ist. Wenn du Bienen in ein Glaspfurz rein tust und dann trägst du das Licht ab, dann fliegen sie am Boden vorbei. Aber instantly. Weil sie nicht fliegen können, wenn es dunkel ist. So wie du. Ich kann nicht fliegen, wenn es dunkel ist. Ja. So ist immer. So ist fliegt er. So ist fliegt er. Jetzt fliege ich da ständig herum. Das wäre meine Superpower. Was ist deine Superpower? Wenn du da eine aussuchen könntest, wäre es fliegen? Teleportieren. Teleportieren. Nicht fliegen. Nein. Teleportieren. Mein Superpower wäre, andere Menschen mit Gedanken beeinflussen. Oh, wow. Wie du es jetzt gesagt hast, du warst auch. Das ist richtig psycho. Ja. Das sind meine Superpower. Na ja. Na bitte. Kann man das auch? Kann man das auch nicht machen? Kann man das auch nicht machen? Kann man das auch nicht machen? Hebelin. Okay. Ja. Das war das Vögereck. Das war das Vögereck. Das war das Vögereck. Partyecker? Ah ja, nu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Kräne. What? Ich sage immer, ist das eine Dame? Ja. Warum immer? Hat sie einen Namen eigentlich? Nein. Warum nicht? Weißt du was? Ich besitze sie nicht. Wow. Und sie ist ja freies Lebewesen, das eigentlich selber darüber entscheidet, wie sie genannt wird. Eben. Und du kannst das in der Frau? Nein. Deshalb. She. She. Her. Her. Und jetzt bringt es mir schon Geschenke. Ja. Ich glaube, sie bringt mir schon Geschenke. Ja. Wenigstens. Metallhaken. Was? Metallhaken. Metallhaken. Maybe. Baby. Alufolie. Das ist aber nicht confirmed. Not confirmed. Mutmaßlich. Mutmaßlich. Hat man das auch dabei war. Ja. Aber ja, wir trainieren das da. Also ich will einen Ring. Gehörn. Wenn mir... Ach Gott. Wenn dann braucht ihr die Papier, gehörn das bezahlt man dann her. Ich brauche einen Diamant-Ring. Wow. So was mögen. Mhm. Ja. Wirklich. Interessiert ja keiner eigentlich. Aber mich interessiert es. Deswegen erzählen wir das. Ich bin mesmerized. Ja. 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 Weil es schön ist. Weil es schön ist. Ich habe letztens meinen Damen dann auch Cashew-Nüse gegeben. Inspired by Mr. Nallinger. Der das mit seiner Creme macht. Haben es sehr gut gefunden. Ja, die mögen Cashew-Nüse. Aber sie mögen Lieblingsspeise der Tauben. Haben es entgebe ich Sonnenblumenkerne eingeschält. Mhm. Da geht es rund. Mhm. Und Cashews ist für Creme. Delikatesse. Mhm. Ja. Ja. So. So. Dann gehen wir noch weiter in Pop Culture. Okay. Oder? Mark Zuckerberg hat jetzt einen Bart und alles hinten am Schaft. Das stimmt gar nicht, oder? Das ist nicht Fake News. Achso. Ich habe dann irgendwann heute gelesen, dass das gar nicht stimmt. Dass es nur wer dazu gemacht hat. Cute. Love. Und dass er wirklich genauso ausschaut wie so ein Eiergesicht wie immer. Sorry, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich bin heute irgendwie. Wir müssen aufpassen, weil Instagram sind eh schon. Das stimmt. Die mögen uns eh schon nicht. Die mögen mich vor allem nicht. Ja. Und dann sagst du, dass dein Chef von Instagram auch Eiergesicht hat. Ich bin Shadowband. Meine Veranstaltungshinweise sind gesperrt wegen Sexual Solicitation. Wenn mich irgendwelche Voridioten die ganze Zeit reporten und Instagram nicht checkt, dass es nicht wirklich nudity ist oder das ist einer egal. Und deshalb bin ich Shadowband. 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 Well. Well. What can you do? Nix. Mir ist sehr wurscht. Mark Zuckerberg. Get your shit together. Sag mal halt. Boys. Oh, I like to miss. Weil ich bin heute nicht in ****. Was? Okay. Die schneiden wir alles raus? Daddy Sugar? Nein. Die schneiden wir raus? Nein. Ich habe ja jetzt recherchiert in der Habsburger Idee vom letzten Mal. Alter, komm jetzt. Reiß die Zauber aus. Habe ich recherchiert, wo sind die schwulen Milliardäre? Männlichen. Ja. Habe ich eine Liste gefunden und habe recherchiert. Yeah. You're on it. I'm on it. Cool. Pretty good? Es folgt mir jetzt auch keiner auf Instagram. Beziehungsweise drei davon oder zwei davon haben so Private Accounts. Not accepted. Ich meine, würde es erst reichen, wenn uns Melanie Englmann ein bisschen was überweisen würde. Ja. Reicht dieser Podcast nicht als Voltidee? Das ist ein dicker Zweck. Entschuldigung. Ja, für uns ist es ja Wohltat. Eben. Das ist für unser Wohltat. Wir können uns ja daran knüpfen, dass wir ja den Podcast aufhören, wenn uns jemand drei Millionen überweisen. Drei? Eins, fünf für jeden? Ja. Ja. Es reicht die Arme schon. Also für jeden. Sagen wir vier. Sagen wir vier. Sagen wir vier. Sagen wir vier, dann ist es rum. Dann kriegen wir ein gescheites Hausrum. Ich brauche nur Einhütten. 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 Einhütten, dann bauen wir so einen massiven Sicherheitsverkehr. Ne, das haben wir schon mit besprochen. Ja. Ähm. Ja. Max Zuckerberg anscheinend irgendwas. Max Zuckerberg anscheinend irgendwas. Justin Bieber hat jetzt Fotos gepostet und bei einem, also so ein Fotodump. Ja. Und jetzt waren so Fotos wein da. Und jetzt sind die Fans ganz besorgt, weil Justin Bieber weint. Und dann hat die seine Frau darunter geschrieben, such a pretty crier. Oder pretty crier. Ja. Also die Menschen sind concerned, weil irgendwer auch Tränenrober rinnt. Ähm. Finde ich halt auch spannend. Wow. Hat er schön gelöschelt. Ah ja, wow. Das. Ja. Gebitter. Ja. Ja. Dann haben wir noch, was ganz so schlimm ist. Was denn? James Charles. Halb. Einer. Der ist James Charles. James Charles ist ein Beauty-Influencer-Youtuber mit massiven Kontroversen. Und der ist jetzt ein Sänger geworden. Also da haben wir jetzt gerade Jojo Siwa überlebt. Und jetzt kommt James Charles und Halb, das ist der nächsten Schwachsinn da um die Ecken. Und das ist, ähm, das Musikvideo ist eigentlich, da ist ein Tent. Das sind so Tänzer. Und wenn man dachte, okay, das ist natürlich... Aber spannend, die Idee dahinter. Und er ist einfach cringy as fuck. Okay. Das ist noch passiert. Das ist noch passiert. Dann habe ich eins noch. Ich meine, wir haben das Allerwichtigste, das neu zu sagen. Sehr wichtige Sache, die passiert ist, ist natürlich auch, Taylor Sucht hat ein neues Album veröffentlicht. Ah ja. Das war eigentlich der Pop-Culture-Moment der letzten Wochen. Ja. Nach Beyonce's Album. Ja, 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 ja. The Tortured Poets Department. Aber das ist richtig. The fuck? Ich habe keine Ahnung. Das hast du so. Das hast du so. Boah, da haben wir wieder richtig. Okay. Evelyn, ich meine, die Recherche. Das ist ja wirklich unter jeder Sache. The Tortured Poets Department. Und du lachst mir aus. Natürlich hast du so. Du hast, ich habe nur geglaubt, ich habe nur auf dein Gesicht reagiert. Es reicht. Ja, das war meine Unsicherheit. Ja, darum habe ich wirklich. Meine Verunsicherung. Habe ich lustig gefunden. Weil ich meine, habe ich lustig gefunden. Ähm, ja. Ja. Und das Ding ist, ich versuche so sehr seit Jahren Taylor Swift-Pool zu finden. Ja. Ich finde Taylor Swift-Pool. Ja, ja, ja. Aber ich komme in die Musik nicht rein. Ja. Und ich kann sogar das Album appreciaten dafür, dass es sehr gut geschrieben ist. Lyrisch. Es sind ein paar Leute darauf, die sehr gute Lyrics haben. Und die ich sehr witty finde und sehr gescheit und so. Aber die Musik geht nicht. Ja, same. Aber das war... Lyrisch holt es mich nicht ab. Nein. Die Art von... The smallest man who I've ever lived. Nein. Ich verstehe schon, was da gut ist. Aber das ist nicht meins. Ja. Du machst lieber so... I'm too sexy. I don't know what's wrong with me. Sorry for being so sexy. Yeah. And so funny. And so funny. I don't know what's wrong with me. Das is my... Das is my aesthetic. Das ist meine Realität. Ja. Da fühle ich mich abgehört. Da fühle ich mich gesehen und verstanden. Representation matters. Matters. Und es müssen auch die extrem sexy, funny people mal ein bisschen repräsentiert werden. Wir gehen... Wir werden immer vergessen. Ständig. Immer unter den Teppich. Ja. Immer im Hintergrund. Ja. Nicht im Spotlight. Nein. Es reicht jetzt. This is our time. Also das ist your time zu scheinen. Das ist eigentlich von allen marginalisierten Gruppen, die marginalisiert sind. Das sind sexy, funny people. Ja. Ja. Global. Global. Im ganzen Universum. Im ganzen... Sogar die Aliens diskriminieren euch. Ja. Ja. Aber ja, Taylor Swift... Ist passiert. Record breaking. Ja, da bin ich wirklich auf allen Ebenen wieder mal. Ja. Aber was ihr echt spannend gefunden habt an dem Ganzen, ist... Das waren glaube ich alle 30, oder? Also massives... Das ist ein Doppelalbum. Und dann habe ich auch Kritik gelesen von einem, der die Kritiker kritisiert hat. Ja. Die dann alle innerhalb von Stunden des Shares geballert haben. Und dann so, ihr horcht euch das nicht einmal an. Und haut es einfach irgendwas aus. Und kritisiert es dann Künstlerinnen. Obwohl ihr überhaupt nicht hingesetzt habt. Das braucht ja Wochen, bevor du da überhaupt reingekommst. Ja. Also gerade bei der massiven... Vor allem das lustige war, es hat ja viel viele Kritiken gegeben, die sofort rausgekommen sind. Wie nur der erste Teil, nur erst öffentlich. Ehm? Und dann ist der zweite Teil veröffentlicht. Also pre-written und so. Ja. Ich meine, du verstehst du einen gewissen Kreis. Es ist ja für euch journalistisch. Ja. Weil wenn du es dann ja sofort assi hast, dann bist du ja schon weg vom Fenster. Aber es ist halt so... Grundsätzlich halt... Es ist fragwürdig, ja. Es ist fragwürdig. Weil... Macht was? Mhm. Weil gerade solche Kritiken sind schon gerade im künstlerischen make it or break it. Ja. Weil... Und bei ihr ist jetzt whatever. Was ich so lustig fand habe, ist, dass so viele Männer im Internet irgendwie dann auch posten müssen, dass sie nichts anfangen können mit Taylor Swift und sie nicht verstehen, warum das gute Songwriting sein soll. Und das ist doch bitte völlig irrelevant. Und das ist doch politisch ein Hund und keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, ja okay, cool. Gibt es noch irgendeinen Dude, der uns noch sagen will, dass er Taylor Swift nicht cool findet, dann bitte yes. Ja. Ich habe so das Gefühl, es ist schon so ein Männlichkeitsding, dass man Taylor Swift nicht gut finden kann. Weißt du was ist, was Frauen cool finden? Ja. Da muss man das aber auch sagen. Weil es geht ja nicht, dass man Taylor Swift vergleicht mit irgendwie Größen wie Bob Dylan oder so, weil es ist ja wohl kein Mädchen kann oder sowas nicht. Ah, okay. Ja. Das schwingt halt sehr mit. Mhm. Ja. Ja. Und ich kann auch wenig damit anfangen. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt tagelang darüber schreibe, wie lächerlich das ist, dass Taylor Swift gut finden. Weil. Nein. Ja. Ich kann mit Bob Dylan zum Beispiel auch nichts anfangen. Ich finde teilweise die Fans der Bild ist auch wirklich. Ja gut, aber das ist, ja. Weil es ist schon so alt geworden. Chill. Ja. Ich habe immer das Gefühl. Du kennst sie nicht. Ja. Ist ein fremder Mensch. Mhm. Weil was ich mich teile, ist ja auch nur. Natürlich. Ist auch gerade gekonvertiert. Ja. Also. Aber sie macht es halt auch so gescheit, finde ich. Es ist so. Ich bin teilweise schon ein bisschen so, dieses ewige Easter Eggs überall schmeißen. Ja. Aber es ist clever. Ja, aber es ist schon so gimmicky. Weil es ist jetzt nicht so, er kommt es mir vor. Ich bin kein, ich bin da nicht involviert. Das kannst du nicht. Aber es ist so. Ah. Wenn ich da jetzt das und das und das reinhau, dann wird da voll rüber gerät. Und dann ist es voll flippen. Und dann fühlen sie sich voll. Und das ist so. Ja. Ich mache ein Musikvideo, wo dann 10 Minuten Videos, jede Sekunde ist dann irgendwas drin. Und dann ist es so, ja, aber mach halt mal was. Was weiß ich meine. Ich finde es ja lustig, dass das bei ihr so funktioniert. Das läuft auch voll so drauf aussprungen. Weil bei Beyonce ist es teilweise auch. Die hat teilweise auch so Easter Eggs. Und ich habe das Gefühl, dass ihre Fans dann nicht so obsessiv sind. Bei denen ist es nicht so offen. Ich weiß aber teilweise nicht so dermaßen plakativ. Ja. Und es sind auch erwachsenere Leute, glaube ich. Klingt jetzt verböder. Weil ich glaube, Beyonce hat eine ödere Listener. Ja, voll. Ja. Ja. Aber hey. Aber hey. Ist ein wichtiger popkultureller Moment. Also der wichtigste popkulturelle Moment der letzten Wochen. Ist das Album von Taylor Swift, weil wir alle Recorder gebrochen. Dann muss ich schon sagen, dass es der Amadeus Music Award war. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten großen Punkt, weil das habe ich jetzt völlig ignoriert, weil das war natürlich wichtiger als Taylor Swift, ist der österreichische Musikpreis. Vielleicht sollten wir moderieren. Call us. Call us. My rate is 10.000. Okay. Fangen wir jetzt einfach so an. Okay. Ja, schreiben wir ja selber alles. Das ist ja so viel Arbeit. Ähm. Magst du noch was sagen dazu? Nein, ich habe schon alles. Ich habe alles. Blutjeans mit Waschungen? Nein. Nein. Nein, wirklich. Es ist ja wurscht. Natürlich ist es wurscht. Ich habe nicht so starke Gefühle dazu wie du. Ja. Und am besten nur, was da unten so ausgetreten ist. Ja. So Fransa hinten. Ja, ja, ja. Ich finde es so arg, dass es einfach, dass das okay ist bei einer Award Show. Du schaffst es nicht mehr, dass dein scheiß Amt so ganz weg gekommen wird. Ja, jetzt ist Österreich. Ja. Wo es zur Viennale Premiere mit dem Regenmantel und sonst nichts drunter. Ja. Ein Regenmantel. Was ist das? Was passiert denn? Ich weiß es doch nicht. Dann zieht man sich doch einmal. Gescheit Haar. Ein schönes Gewandl. Ja. Aber warum nicht? Zelebrieren wir mal ein bisschen da. Wenn wir so cool sein. Es ist nicht so wurscht es. Feiert es euch doch einmal bitte. Es kann aber nicht so schwer sein. Anscheinend ist es das. Es ist schwer. Ja. Okay. Partyecke. Ich gehe vorher aufs Klo. Ich muss auch. Ich muss so dringen. Ich habe so viel Spreit. Es ist Sprit. Ich gehe zuerst. Ja, bitte. Aber aus Gründen. Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Ich bin heute... Bislang ist komplett anhinscht, was wir da gerade alles aufsehen. Ich bin vorher anhinscht. Unhindered? Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Ähm... Woa? Mein Grund... Ähm... Mein Grund? Das... 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 Ähm... Okay. Warten wir kurz. Das muss man kurz verraten. Ich meine... So dieses... Ähm... Bedingungsgefüge... Das... Ähm... In... In... In dem ich... Hier... Sitze... Mehr körperliche und psychische... Ähm... Grund... Ähm... Michi's Party-Ecke... Michi's Party-Ecke... Ist ja diese Woche... Michi's und Bia's Party-Ecke... Ja... Wir waren gemeinsam... Auf einer Party... Party... Wir waren völlig fertig beide... Zwei Stunden später sind wir gekommen... Weil ich bin... Ähm... Leger gelassen... Gelangweilt... An... An der Bar gesessen... Das hab ich gar nicht gesagt... Naja... Deswegen... Das war der Weib... Das hab ich gesagt... Das ist ein langweiliger Heterotyp... Der einfach nur draus ist... Und sich nicht bewegen will... Ja... 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 Ähm... Und dann aber am nächsten Morgen... Und dann sind Leute zu mir hergegangen... Und gesagt... Das ist... Das lehrt... Und am nächsten Morgen... Gab es eine Entschuldigung... Dass... Ähm... Mich diese Person... Als Hetero... Beleidigt hat... Beleidigt hat... Was ich sehr geil gefunden habe... Ja... Das ist lustig... Und sie hat sich aber entschuldigt... Dass sie mir eine Affäre angedichtet hat... Ja... Ja... Das ist passiert... Das war's... Das war die Party... Ähm... Haben wir sonst noch was? Wir haben getanzt... Wir haben getanzt... Wir haben uns Kalin gewünscht... 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 Und wir waren die letzten... Es war eine Geburtstagsparty... Und wir waren die letzten zwei Leute... Die dann dort waren... Nachdem die... Die Mensch... Die das Geburtstagsparty gemacht hat... Wow... I'm struggling... Die Person... Die in die Geburtstagsparty... Das Geburtstagskind... War schon daheim... Und wir sind immer noch tanzen gewesen... Ja... Dass die Barfrau schon so... Oh... Die war schon so... Bitte... Bitte... Mein Dienst dauert bis drei... Und es ist... Also... I mean fair enough... Ja... Die war... Aber wir sind erst um zwei geworden... Das weiß ich auch... Wir sind ja die ganze Zeit... Ja... Meinen Spaß gehabt... Ich hab Menschen beobachtet... Ja... Da hat's ein Paar geben... So ein älteres Paar... Die waren herrlich... Ja... Er tanzt... Sie tanzt... Dann traf sie sich um... Und leckt... Dann über das Gesicht... Und dann hat's weiter tanzt... Das ist die Energie... Die ich haben will... Okay... Ja... Wow... Weil... Ich will jetzt... Drüber lecken... Ja... Am Tag zu... Apparently... Hoopho... Ja... 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 Ich hab's lustig gefunden... Weil Latte... Sehr coole Frauen... Wie diese Veranstaltung waren... Ja... Also... Das war die Geburtstagsfrau von der Marilane... Ich glaub, man kann das sagen... Das weiß ich nicht... Und es sind lauter... Es sind halt wirklich sehr, sehr coole Frauen... Da... Ja... Die lauter großartige Sachen machen... Man kennt sie aus Film und Fernsehen... Und von YouTube... YouTube? Und... Und... Ja... Was? Ich weiß nicht... Wolltest ich irgendwas sagen... Das weiß ich nicht, was du sagen willst... Ich weiß es nicht mehr... Ähm... Ich wollte noch sagen... Das... Das... Wollen wir auch... Wissensecke... Aber es sind wie deprimierende Sachen... Nein... Nein... Machen jetzt die Fragen... Okay... Okay... Wir haben wieder... Wir haben ja immer... Wir geben unseren ZuhörerInnen und ZuseherInnen die Möglichkeit uns Fragen zu stellen... Auf Instagram... Auf Instagram... In... Und da haben wir dieses Mal einige anonyme Fragen gekriegt... Haben wir keine... Nicht anonyme... Keine nicht anonyme... Und wo ist das Update... Die Morgens nehmen wir glaube ich... Update von wem? Bei Stephanie... Da wird so viel ausgeschnitten... Da wird so viel ausgeschnitten... Da wird so viel ausgeschnitten... Du würdest über BDs reden... Ah ja... Schaffe links Kurve... Yes... Okay... Du gehst aufs Klo... Du gehst aufs Klo... Okay... Jetzt geh ich aufs Klo... Du gehst aufs Klo... Wann bin ich fertig? Wann bist du fertig? Und was tue ich dann? Was tue ich dann? Was tue ich? Auswischen? Nein eben nicht... Ich habe ja ein BD... Du hast ja ein BD... Dann mache ich dann was? Ich weiß jetzt nicht... Ich hab dann nie ein BD verwenden... In der Hocke... Und mir... Das war ja aber eben... Nicht die ursprüngliche Idee von solchen extra BDs... Die ursprüngliche Idee von solchen extra BDs war... Dass die Frauen nach dem Geschlechtsverkehr... ihre Scheide ausspülen... In der Hoffnung... Dass das verhindert... Dass sie schwanger werden... Okay... Ganz blöd... Ja... Weil... Schwuler Mann... Ich hab ja keine Ahnung... Wie platziere ich meinen Körper... Damit ich das auswaschen kann? Bei so einem BD... Weil BD ist ja eigentlich nur ein Wasserhahn... Ja... Ja, aber was... Wie tue ich denn da? Wo gehst du ja drüber und waschst du aus? Drüber? Ja... Also lass mich nicht volllaufen... Wie bist du... Bist du denn das, gell? Okay, warte mal kurz... Weil... Ich sag dir jetzt so bür... Das BD diente der Scheidenspülung nach dem Geschlechtsverkehr zur Schwangerschaftsverhütung... Die Bezeichnung kommt daher, dass sich die Frau Rittlinks auf ein BD setzt... Was heißt Rittlinks? Da viele Männer keine Kondome benutzen wollten... Cute, dass es in der Vergangenheitsform ist... Mussten die Frauen sich selbst helfen... Das BD war der Apparat dazu... Das BD ist ein Scheidenspüler... Das ist der Titel dieser Episode... Das BD ist ein Scheidenspüler... War nochmal geflaggt auf YouTube... Bei Ebay lässt... Auf seiner Seite des Museumsverhütung und Schwangerschaftsabbruch... Bei Ebay lässt sich die folgende Geschichte über die wahre Aufgabe des BDs nachlesen... Ich erinnere mich an eine Amerikanerin... Die vor gar nicht so langer Zeit im Bad eines Pariser Hotels des BD... Entdeckte und das Zimmermädchen fragte... Oh, how lovely is it to wash the babies in... Worauf die junge Französin lächelte... No, madam... It's to wash the babies out... BDs waren bereits in der Antike bekannt... Ihre Bereitstellung für Vaginalspülungen vor und nach dem Kreitus... Wird in griechischen Ehrverträgen erwähnt... Die moderne Entwicklung setzte im frühen 18. Jahrhundert ein... Wurde aber, vermutlich wegen des wahren Zweckes... In England und Amerika lange Zeit als unmoralisch abgelehnt... Noch im Jahr 1900 musste das feine Hotel Ritz in New York... Die soeben installierten BDs wieder herausreißen... Weil sich die Tugendwächter daran stießen... Früher musste die Scheidenspülung... Auf dem BD mittels eines separaten Einlaufbehälters... Das haben wir jetzt beim Einlaufen lassen... Oder einer Spritze... Der sogenannten Mutterspritze... Durchgeführt werden... Mit Einführung der Wasserleitung... Anfang des 20. Jahrhunderts... Wurden die ersten BDs mit einem Wasserstrahl... Zur Scheidenspülung... Die sogenannte Unterdusche hergestellt... Nach Einführung der Pille... Und anderer sicherer Erhütungsmittel... In den 60er Jahren... Ging der Verkauf von BDs... Insbesondere mit Unterspülung... Drastisch zurück... Okay... Aber trotzdem... Wo schießt das Wasser hin? Schießt das gerade nach vorn? Was heißt Rittlings? Ich schaue da zur Wand... Schaue da ist Aserbüt... Wo das dann so unten ausspritzt... Nein, das ist der Opfluss... Der ist da nicht... Oh... Und da waren wahrscheinlich so Spüldinger drauf, oder? Da, Loch für die Unterdusche... Unten kommt das Wasser aus... Oh... Okay... Und jetzt schaut es halt, glaube ich, anders aus... Mittlerweile... Ah ja... Okay, dann verstehe ich... Also es ist eigentlich... Vor und nach dem Geschlechtsverkehr... Ja... Jetzt ist es fürs... Aber da hat es doch mal so ein... Muss aufs Klo... Rant der Woche hast du auch noch ausgesagt... Das war schon mit den Hosen... Das waren die Hosen... Okay... Darf ich mal kurz... Dreck aus dem Gesicht greifen... Das ist ein bisschen dreckig... Gehirnmeinsatz... So... Blue Jeans mit Waschung... Not on my watch... Not on my... Oh, sorry... Weil na... Und Schürfrau in Kombination mit Baggy Jeans... Guck mal, wie das Spreitdosser... Ich war Red Flag der Woche... Yes... Mach mal das selbst... Ich war Green Flag der Woche... Mein Red Flag der Woche ist, wenn die Beziehung... Romantisch... Massiv auf Social Media ausgeschlachtet wird... Ich hab das ehrlich gesagt noch nie so... Wobei... Die zwar da... Das, was du mir gesagt hast... Wobei... Ich sehe das meistens nur romantisch... Ich sehe das massiv... Es gibt ein paar Influencerinnen... Die massiv ihre Freundschaftlichen Beziehungen inszenieren... Auf Social Media... Ich finde wirklich ein Ort von Inszenierung... Ihr findet das schon fragwürdig... So schrecklich... Was denn? Das... Siri... Das ist natürlich jetzt hochfraubrätig... Was es bedeutet... Wenn du möchtest, kann ich im Web nach... Ich bin suchen... I... Na... So... Interesting... Jesus Christ... Ähm... Was? Wo waren wir jetzt gerade? Das hat mir jetzt vorher aus der Bahn geworfen... Inszenierte Beziehungen... Ich finde ja das schon... Ich bin ja schon jemand, der oft auch denkt... Wie gut ich das finde... Dass wir unsere Freundschaft so... Öffentlich machen... Ich finde das schon so... Whatever... At this point... Weil es ist nicht so... Ich störe meine Kamera irgendwo hin... Und dann eine Freundschaft... Wir laufen bei Sonnenuntergang zusammen... Und umarmen uns... Ja... Und dann eine Freundschafts-Moment zu filmen... Oder wer... Oder nachzustellen... Ich habe einmal... Ich glaube das ist das, was du meinst... Da habe ich da ein Reel geschickt... Von Anna... Die war mit dem besten Freund... Auf Urlaub... Sponsored... Von irgendeinem Hotel... Wo... Wo... Wo ist unsere Einladung? Wir posten auch... Unerreichbar... Unerreichbar... Ja... Ähm... Und... Unerreichbar... Da waren auch so... So... Einstellungen in diesem Reel drin... Wo sie dann irgendwie so im Bett liegen... Und so kuscheln... Und miteinander... Und dann so... Wenn man dann denkt... Du filmst... Das filmst du mir? Das ist ja sowas... Ja... Ich sehe dann immer davor... Muss man die Kamera wohin stellen... Mit der Intention... Komm... Du musst jetzt du lieb zu mir her... Komm her... Wo ist... Was ist der Ausschnitt? Was ist drauf? Was machen wir? Und dann schreibt man die Kamera an... Das ist für mich... Schauen wir cute genug aus? Das ist... Finde das voll schlimm... Also... Run... Ja... Also... Oder dann so... In dem Reel war dann auch so eine Einstellung... Wo die Kamera irgendwo gestanden ist... Und dann hat es dann Hand in Hand so weggegangen... Von der Kamera... Ich finde es aber so... Ich finde es so... Ich finde es eigentlich abwartig... Ja... Ich finde es auch hoch narzisstisch... Ja... Also diese Performance... Ja... Jede Art von Performance ist für mich sofort ein Red Leg... In so einem Ausmaß... Oder in so einem Forum auch... Ja... Wir natürlich... Performen wir alle zu bestimmten Grad... Ja... Das ist logisch... Aber sowas ist so... Es ist so bewusst auch... Um eben eine Fantasie zu kreieren... Und wenn das auf so einer zwischenmenschlichen Ebene passiert... Finde ich das voll schwierig... Ja... Das ist mein Ding... Und das ist mir auch schon passiert... Ja... Und deswegen... Nein... Eben... Und das aber wie gesagt... Ich glaube das ist nicht nur bei romantischen Beziehungen... Weil das gibt es halt auch mittlerweile... Weil das Thema Freundschaft... Gerade auf Social Media immer größer wird... Ja... Ich glaube es gibt so... Romantisierende Reels mit Freunden... Ich glaube ich voll das Ding gerade... Ja... Ich finde es ja schon schwierig... Ja... 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 In dem was es ist... Ja... Aber man kann sich alles gleich bringen... Von dem her... Ne... Vor allem wir inszenieren nicht Intimität... Nein... Da ist es immer Abstand... Es ist meistens immer Abstand... Weil... Ich greife die nicht an. Nein, das geht es gar nicht an, weil es geht nicht darum, dass wir... Es macht einen Unterschied, ob ich irgendwo eine Kamera hinstelle und das mitfilme, und dann denke ich, vielleicht haben andere Leute was davon, das ist lustig, oder das ist gewinnbringend in irgendeiner Weise, weil ich ein spannendes Experiment finde, oder ich stehe eine Kamera hin und inszeniere bewusst was. Ja, das meine ich auch. So, das macht, finde ich, etwas anders. Aber ja. Genau. Vielleicht liegen wir es uns auch wirklich nicht zurecht, aber es ist einfach genau das selber. Listen, focus sofort. Focus sofort. Look at these lashes. Look at these lashes. Ja. Ja. Wie sind wir da jetzt hinkommen? Mein Green Flag der Woche. Ich war vor zwei Wochen mit einem guten Bekannten im Theater. Und ich habe das voll schein gefunden. Wir haben dann davor so geredet und dann... Ich glaube, man kann keine Rückschlüsse darauf ziehen, welche Person es ist. Okay. Ich habe jetzt nämlich überlegt, wie das erzählen wird, aber ich glaube, man weiß nicht, wer es ist. Und dann hat mir die Person erzählt von seiner Schwester und wie komplex die Beziehung zu seiner Schwester ist und was die Beziehung ausmacht und so. Und dann habe ich mir gedacht, das ist voll schein. jemand, der sich über Beziehungen Gedanken macht, jenseits von romantischen Beziehungen. Ja. Das ist für mich voll die Green Flag. Ja. In jeder Konstellation. Voll. Wenn Menschen tue ich nachdenken, wie sie Beziehungen zu anderen Menschen gestalten und nicht nur... Weil das ist auch eine Person, die in einer romantischen Beziehung ist. Und es ist leider sehr ungewöhnlich, dass Menschen über Beziehungsgestaltung im jenseits von romantischen Konstellationen nachdenken. Oder die Komplexität von Beziehungen anerkennen und wie vielschichtig Beziehungen sein können. Wie wichtig. Ja. Und das finde ich schön, wenn Leute das machen. Voll. Das ist sehr schön. So. Hat er so einen Zeug von Kompetenzen. Genau. Und das ist immer gut. Das ist immer gut. Egal, was man mit der Person fahrt. Also mit ihrem Freund. Nein, ich meine so, ob sie das immer freundschaftlich kennenlernt oder ob sie das immer romantisch kennenlernt oder ob sie das mit dem einfach arbeit... Ja, man weiß, es ist spannend. Man weiß, es ist eine Person, die darüber nachdenkt. Wie man mit anderen Menschen umgeht. Und die nicht nur irgendwie romantische, die eine romantische Beziehung über alles steht und alle anderen sind erwulft. Ja. Das rennt ja eh so. Das ist ja bei Freundschaften oft so. Das rennt ja so. Geschwister. Ja, das rennt ja nebenbei dahin. So. Ja. Sondern der sich aktiv über Beziehungsgestaltung Gedanken macht. Ja. Das finde ich schön. Das ist sehr schön. Das mögen wir. Das lieben wir. Ja. Likes it, loves it. Likes it, loves it, adores it. Ja. So. Was war noch? Was halten wir denn noch? Ich habe... Hören wir mit, was Schwung vor allem auch? Bist du schlafen? Unsere Mikros blinken wir fast drei Stunden. Ich sag's nur. Wie klingt das genau? Was? Die blicken nur ganz wenig. Das blinkt dann mehr. Kamerarenner. Bei drei Stunden und 16 Minuten sind es normalerweise das Aushalt. Achso, ja. Stimmt. Wie viel Zeit haben wir dann nicht mehr. Ja. 15 Stunden 16. Ja. Ah ja. Dann machen wir... Dann machen wir das nächste Woche. Komplettes Fall. Was werden das? Müsste das werden. Im fünften Bezirk wurde in einem Kellerabteil eine Leiche gefunden, die komplett verwest war. in der Bräuhausgasse. Und die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, weil er Kopf fährt. Sorry, jetzt ist es überhaupt nicht. Wow. Aber ich hab's lustig gefunden, dass du die Polizei gehst. Es war ein Gewaltverbrechen. Ja, Junge. Da ist kein Kopf drauf. Da liegt zwei Meter weiter. Aber ich find's so spannend, dass in Österreich, in einer Großstadt wie Wien, ja. Aber in einem Mehrfamilienhaus im fünften Bezirk, der jetzt nicht... Ist ja nicht ganz ein gechillter Bezirk. Ja. Es sind alle Bezirke in Wien relativ gechillt. Nein, eh. Dass da in einem Kellerabteil ein Jahr lang eine Leiche liegen kann. Fucking hell. Also die war ein bisschen vergraben. Und so Dings drüber. Und das ist jetzt so ein typischer Altbauwohnung anscheinend. Ein Altbauhaus, wo unten im Keller alles schimmelt. Mhm. Also da war lieber unten. Ja genau da, ja. Und wenn's rüchtern, dann rüchtern. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Wow, im Nenten ist ein riesen Cannabis-Dings aufgelangen. Hast du das mitgekriegt? Ja. Wie einer be like. I'm Cannabis. Ja. Das Geilste war ja, dass sie noch zufällig draufgekommen sind, weil die Leute die Miete nicht mehr gezahlt haben. Und dann sind so Räume gekommen. Ja, ja. Immer schon weg. Ja. Das war alles einträgt jetzt schon. Ja, das hab ich gesehen. Ja. Wasn't me. Ich weiß auch nicht. Das Haas... Ah ja, Update. Das Drogenhaus neben mir. Ja, ja, ja. Wurde er von der Polizei zugedreht. Ja. Das ist verbarrikadiert. Mit einem Schild drauf. Soweit man das Haus betritt, wird die Polizei gerufen. Und ich bin ja irgendwann in den letzten paar Wochen nach Nechthens heimgekommen. Und als die Polizei vorbeigefahren hat mit dem Suchscheinwerfer auf das Haus geleuchtet, im Vorbeifahren. Und ich würde schon fast sagen, hey, Mr. Officer, was ist denn da passiert? Ja. Mit dem Suchscheinwerfer? Ja, mit einem massiven Ding. Ja, komisch. Ja, da ist ein Haus. Jetzt ist der Alarm losgegangen. Jetzt hat die Polizei einen Alarm installiert. Ach so, ja. Und dann fährt man da hin und schaut sich das an. Wer da ist. Aber was ist denn da drin? Was ist denn da passiert? Voll spannend. Wenn wir mal investigieren. Habe ich schon. Ich finde nichts. Ich kenne einen Polizisten. Polizistin, call me. Call us. 0677 call me. Ich meine sowas eigentlich immer ernst. Ich will nur kurz anmerken. Sabine, Stephanie. Rufst du sie Evelyn an? Ja. Evelyn is stand by. Call in. Yes. Give us information. Komplettverpasst.atgmail.com. Ja. Und ich will noch immer diese Regierung stürzen. Ja. Ja. Diese eine. Diese eine hier Regierung. Ähm. Also bitte. Alle Infos. Alle Folder. Gerne gescannt. Braucht kein Original. Und gute Frage schon. Wer wird dann veröffentlichen? Ich habe gestern, das ist wieder etwas komplett anderes. Aber ich habe gestern etwas gelesen, was mich voll aufregt hat. Wieder einmal. Weil ich beschäftige mich ja voll viel mit dem Thema Frauengesundheit. Und wie wenig weibliche Körper in der Medizin berücksichtigt werden. Gerade ist bei mir vor das Thema Wechseljahre. Ja. Und dass in der Medizin niemand auch noch irgendeine Ahnung hat vom Wechsel. Und was alles damit einhergeht. Weil es in der medizinischen Ausbildung nicht vorkommt. Weil selbst Gynäkologinnen irgendwie einsatz lernen im Studium über Wechseljahre. Und keiner redet drüber. Und das ist abbeutig. Und das betrifft eigentlich schon Frauen um 35. So. Also so die ersten Throws auf Periminopause passieren da schon. Weiß auch niemand. Man glaubt, das ist etwas, was dann mit Fuß passiert und alles was passiert ist. Man kriegt die Regeln nicht mehr und hat ein paar Hitzewalungen. Das stimmt nicht. Das ist eine massive Umstellung. Anyways. Und ich beschäftige mich ja schon lange mit dem Thema Frauengesundheit. Auch bei meiner Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit. Darf ich doch jetzt das anmerken? Ja. Menopause. Partnergewalt löst stärkere Menopause-Symptome aus. Ja. Bei vielen Frauen. Ja. Die ihr Gewalt in ihrer Partnerschaft erfahren, wenn die Symptome schlimm waren. Ja. Ja, aber überhaupt nicht. Weil sehr viele der Symptome ja psychischer Natur sind. Ja. Und was man schon lange weiß, ist, dass in der Medizin ganz lange Medikamente nur an männlichen Körper testet worden sind. Impfungen nur an männlichen Körper testet worden sind. dann an Frauen verabreicht worden, komplett anders wirken. Andere Nebenwirkungen, stärkere Nebenwirkungen, weniger Wirkung, whatever, mehr Wirkung. Man weiß es nicht. Wurscht. Ja wirklich aber. Die häufig, also so. Und dann teilweise Medikamente, die vorrangig an Frauen verschrieben werden. Ja. Insgesamt in der Forschung werblicher Körper, nobody gives a fuck. Zum Beispiel dieses Standard mit 8, man soll 8 Stunden schlafen. Das stimmt auch nur für Männer. Ja. Wenn diese Studie, wo es darum gegangen ist, wie viel Schlaf brauchen Menschen in diesen Studien, nur Männer dabei waren, Frauen brauchen 9 bis 10 Stunden Schlaf. Und werden sie die Regel haben auch schon mehr. Ja. So. All diese Sachen, kommt mir erst jetzt drauf. Dann habe ich gestern gelesen, und das macht eigentlich total Sinn, aber ich habe noch nie dran gedacht. War natürlich in diesen ganzen Studien zu Medikamenten, die nur an männlichen Körpern testet worden sind, weil man davon ausgeht, sind ja Standardkörper. Was natürlich auch nur an Männern testet worden sind, sind Narkosemittel. Achso, ja. Und ich habe eine Bekannte zum Beispiel, die hat mir erzählt, sie hat eine Erinnerung von sich selber auf dem Operationstisch und sie weiß nicht, woher. Also sie ist schon ein paar Mal operiert worden in dem Leben, aber sie weiß nicht, wann das passiert ist. Ja. Und sie hat aber Erinnerung daran, wie sie operiert worden ist. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass Frauen viel öfter während Narkosen aufwachen, weil die Narkosemittel nur an männlichen Körpern testet worden sind. Ja. Normals aufwachen. Das passiert 38 oder 40 Prozent mehr Frauen als Männer. Und was dann passiert ist, also es ist einerseits so, dass meistens wirkt so stark, dass man zumindest nichts spürt. Ja. Aber man kriegt jetzt mit, dass der eigene Körper aufgeschnitten wird und man kann nichts tun, man kann sich nicht bewegen. Ja. Und 70 Prozent der Menschen, die das mitkriegen, haben dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Ja. Was? Machen wir da. Weil Frauen wurscht sind. Ja. Aber immerhin kommt man jetzt drauf. Ja, aber es ist so, ihr lest im Moment gerade sehr viel dazu und ich fahre so alle zwei Tage was in Eis. Ja. Oder es ist auch jetzt eine Studie veröffentlicht worden, dass weibliche Ärztinnen, also wenn vor allem Frauen von weiblichen Ärztinnen behandelt werden, sterben es weniger wahrscheinlich. Und wir haben weniger Folgekomplikationen, als wenn es von Männern behandelt werden. Ja. Und so. Und so Dinge. Aber ja, ich finde es halt einfach wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Das ist wohl schlimm. Wie, wo wir eigentlich noch stehen und so. Ja. Und einer der Gründe, warum Narkosemittel nur einen männlichen Körper testet, war es dann abgesehen von dem, was wir eh schon mal besprochen haben, dass man bei Frauen so viele Hormon-Schichten mitdenken muss. Also man muss denken, dass sie schwanger sein können, man muss daran denken in welcher, weil die jetzt ja mit Hormonen alles interagieren. Ja. Man weiß oft gar nicht wie, zum Beispiel bei Schmerzmitteln weiß man mittlerweile, dass es ganz anders auf das weibliche Nervensystem wirkt, wegen Hormon, also wegen einem Hormonzyklus einfach. Aber du musst schauen, wo ist die Frau im Zyklus, du musst schauen, ist sie schwanger, ist sie nicht schwanger, ist sie vor der Menopause, Perimenopausal, Menopausal, Postmenopausal, also das spielt einfach viel zu sehr mit. Aber was bei Narkosemitteln einer der großen Faktoren, warum man es nicht an Frauen getestet hat, war, dass man nicht riskieren wollte, dass Frauen schwanger sind und man weiß es nicht und man beschädigt einem Viertel. Dann hat man gleich gesagt, dann testen wir es halt gar nicht. Dann machen sie es halt ein bisschen auf, tut es ein bisschen weh, mein Gott. Mein Gott. Mein Gott, das fällt schon aus. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so mitspielt bei Frauen auch so dieses, sie haben eh ständig Schmerzen, die Regel haben wir als Kinderkriegen, Frau sei ist irgendwie so schmerzhaft die ganze Zeit schon. Aber das spielt glaube ich so ein bisschen mit. Ja. Frauen müssen einfach alles aushalten. Ja. So. Das hat mich aufgeregt die Woche. Das glaube ich. Mit Recht. Ja. Du willst mit etwas Leichtem aufhören? Ja. Das haben wir jetzt nicht erreicht. Social Media Kommentar hast du da? Das ist jetzt auch nicht so. Ich kann da Inspiration ein kurzer buchen. Okay. Dann nehmen wir das doch. Don't make the mistake of being so understanding and forgiving that you overlook the fact that you're being disrespected. Okay. Das ist sehr schönes Aufhörsatz. Oh. Sorry. Das hört man ja nicht. Das hört man. A la Naomi Campbell des Telefonhafels. Ich bin über die Grenze. Ich bin tatsächlich über die Grenze. EvelinR guhr die Polizei! Ich bin gerade über die Grenze drüber gegangen. Wörtlich. Liegt eh schon das Gefuhrwerke da so auf der Grenze? Das ist mein Appell. Das war leider jetzt über die Grenze gewesen. Das tut mir sehr leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Das ist, ähm, ja, dann musst du dir vergeben. Ja, ich werde es in meiner Therapie ansprechen. Mein abusive behavior dir gegenüber. So. Absolut toxisch. That's me. Hi, I'm the problem, it's me. Everybody agrees. I stare directly at the sun, but never in the sun. Copyright. It must be exhausting. Wow, jetzt haben wir zehn Episogen schon auf keinen Copyright-Strike zu kriegen von YouTube. Und jetzt untererst dein Poodle. Don't let other people disrespect you. Don't let other people disrespect you. Also, sometimes it's not disrespect to just be an asshole. Was? Was? Disres... Wer ist das asshole? Du oder die Person, die disrespected? Das macht es ja immer mich. Man muss immer, man muss schon immer dazusagen, manchmal bist du jetzt vielleicht aber auch du. Ja. Ich finde ja immer noch die Seite. Ja. Ähm, self, warte, mich hat es diese Seite, ich weiß schon wieder nicht. Self, love, ich weiß es schon wieder nicht. Wie heißt denn den, was ich einmal schon vorgeschlagen habe? Ja, also... Die ist so super. Okay, anscheinend merkst du es immer. Auf zu der nächsten Fight. Cheers. Es ist immer nur Gemülo. Und gern Gemülo. Die man verdient hat. Womit denn? Ich traf's nicht. Virgin Mary. So, magst du noch was sagen zu unseren Fans? Nix. Deswegen kommentieren hat sehr gut funktioniert. Da bleiben wir bitte dran. Ihr seid bitte wieder brav. Und das bitte wieder schreiben. Liken und subscriben. Außer irgendwelche Scheiß-Kommentare über unsere Füße kommen. Irgendein... Okay. Irgendein... Hat letztens auf YouTube kommentiert, dass er meine Füße... Dass er mit dem Timestamp, dass er schön findet, wie mit meiner Füße spült. Und da wollte ich nur sagen... Geh'n Arsch. Außerdem, I'm offended. Ich sitze da zehn Episoden, Fuß frei... Was? Sockenfrei. Schuh frei. Präsentier... Meine nackten Füße und... Wie nennt man das? Knöchel. Wie nennt man das? Umkriegt nix. Und ich bin offended, weil ich sexualisiert werde. I don't like it. Ich bin da wegen meinem Intellekt. Wegen meiner Sprite-Trink-Fähigkeit. Und wegen meinem Humor. Humor? Humor. Humor. Und nicht, weil ich geil ausschaue. Weil das wissen wir sowieso. Ich bin da wegen meinem Manifest. Well. Goodbye. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020